Das ist fine. Das ist fine. Provo hier. Der Molong ist mir erstmal egal. Der hat den Reckless draußen. Provo hier, Junge. Danke. Kill it. So. Schauen wir mal. Miles Pre-Bahn. Irgendwie wäre das geil, wenn das die normale Welt Arena kommen würde. Also der Pre-Bahn. Weiß ich nicht. Auf irgendeine Art und Weise würde ich es schon feiern. Würdet ihr es feiern? So einen Pre-Bahn in der normalen Welt? Er hätte so seine Vor- und Nachteile, muss ich sagen. Guck mal, er hat Juno gebannt wegen der Shizuka. Kann man theoretisch ja machen. Also irgendwie würde ich sagen, ja. Dass man so zwei Bands hat. Weil die Anzahl der Monster ist halt schon enorm. Guck mal, ich habe eine Lucia gebaut. Cool, ne? Cool, ne? Da brauchen wir noch Schaden so ein bisschen. Was spiele ich denn so an Schaden? Patern, Death Break wäre nicht schlecht. Ja, ja, ja. Sukmet? Ne, Sukmet weiß ich nicht. Sargea? Ja, ich glaube, Sagar ist ganz cool. Ja, doch. Ich glaube, Sagar ist schon eine harte Nusse. Wobei meiner noch relativ shit ist irgendwie. Den muss ich mal... Also wie gesagt, wenn ich so... Ja, so die letzten Tage so... Muss ich mal ein bisschen mehr darauf so achten und so. Kinky, Last Pick. Aha. Ist das ein Problem? I don't know. Aber wir nehmen noch den Beißen. Nehmen wir... Bannen wir den? Ich glaube, ja. Ich glaube, mit Shizuka komme ich ein bisschen besser. Klar, er wird mir wahrscheinlich den Hay Gang bannen. Davon gehe ich irgendwie aus. Ich denke schon. Er hat zwar dann die Control. Die Control wird er dann haben. Aber... Oh ne, er bandt den... Sagar. Okay. Kleines Würstchen ist das hier. Guck mal. Es trifft. Perfekt. Look at this. Ist die Wille oben? Würmer dich loben, ne? Das ist ein bisschen doof, dass der noch dazwischen cuttet. Das ist eigentlich noch nicht so ganz getunt. Ja, egal. Let's go. Machen wir einfach Stun. Oh, Raccoon. Hm. Ich glaube, das... Das will ich gar nicht machen. Den Stun, den hebe ich mir mal eben auf. Falsch ist Shizuka meint da... Den Swoop-di-Woop zu machen. Okay. Das ist fein. Halten wir hoch. So, machst du Swoop-di-Woop? Dann kann ich gleich stripper. Ja, machst du. Okay. Ja, dann kann ich getrost gleich strippen. Das ist okay. So, der Raccoon kommt dran. Ich kriege einen Push. Ein bisschen uncool, dass wir keinen Deathbreaker haben. Aha. Okay. Was machst du jetzt? What's your plan? What's your plan? Aha. Okay. Okay. Ja. Ist schon stark, ne? Ist schon stark so ein bisschen. Stun. Schade. Stun. Ja. Der Stun war gut. Der hat einen Glancing. Raccoon ist im Strip. Das ist okay. Die hat, by the way, noch keine Skill-Ups. Proc. Oh, nice. 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 Aber der lebt noch. Oh. Okay, jetzt nicht mehr. Okay, jetzt nicht mehr. Die ist noch nicht ready. Ist er Part H ready? Ist er Part H ready? Oh, danke für die Bar, Alter. Danke für die Bar. Nice stun. Nee, ist er noch nicht. Fuck. Oh. Provo. Oh. Ich mag Lucia. Ich bin mir überlegen, ihr die Skill-Up zu geben. Die hat, wie gesagt, noch keine Skill-Ups. Sie ist gegen Control-Units echt funny. Auch wenn sie keinmal Revenge hat. Aber sie ist auch nur auf zweimal Revenge, weil ich kein drittes Set habe. Erstmal müssen wir Pre-Band Miles machen. War Miles broken, ey. Ich hoffe, der wird mal genervt im nächsten Balance-Patch. Das ist so. Nein. Ist egal. Ist nicht so schlimm. Part H can man trotzdem spielen. Hey, Gang. Pre-Band. Okay. Ja. Kann man machen. Hier, die ist auf Frost-Rache, weil ich nicht die... Die Rache-Ruhen sind shitty bei mir. Ich sag's wie, sie sind kacke, ey. Sie sind einfach shit. Okay? That's the point hier. Ja, Tesarion ist schon so eine kleine Wurst, muss ich an der Stelle sagen. Bin ich jetzt nicht so der... Nicht so der Fan von. Aber da könnten wir, glaube ich, Chandra nehmen, ja. Natürlich, ey. Ach, Sonja auch noch. Ja, Sonja ist ja ein bisschen leichter geworden, ne? Was das angeht da. Das eine da. Da muss man schon sagen. Das ist schon ein großes Problem gegen den. Okay. Ja, okay. Okay. Uh, reicht das, um den zu killen? Ich weiß nicht. Ja, er krittet. Also sehr wahrscheinlich, ja. Oh, aber gerade so. Müsst du euch auch mal geben, ne? Gerade so. Okay. Will man es dann? Ja, das ist okay. Sonja, ja. Okay. Er geht wahrscheinlich auf Raccoon. Nee, er geht auf den. Okay. Okay, leider kein Proc vom Bison. Okay. Ja, da kann es dann. Okay. Okay. Raccooniproc wäre, wäre das gut? Auf jeden Fall gehen wir erstmal auf den High Heal. Weil der den sowieso resetet hat, den Bison. Deswegen, ja. Passt schon. Stun? Schade. Sonja Provo. Let's go. Schade. Weil ich glaube, die ist ready. Lol, ich lebe immer noch. Lol, ich lebe immer noch. Ja, wie gesagt. Also so One-Shot-Ding ist halt so ein bisschen das Problem. Und dass er jedes Mal die Bar bekommt, ist auch funny, muss ich an der Stelle sagen. Ist schon lustig. Ist schon lustig. Ist schon funny, ey. Richtig. Haha. So. Okay, der hat auch keinen Bock auf Miles. Kann ich verstehen. Wer hat denn den First Pick? Ich? Nee, er. Okay. Aber meistens nehmen die keinen First Pick Hey Gang. Das kommt selten vor. Ich wette, ich wette, ich hab's jetzt. Ich hab's jetzt gejinklos. Let's go. Nee, doch nicht. Hätte ich ja jetzt mit gerechnet. Also vielleicht. Also ich werde ja noch vieles entruhen zur nächsten Welt. Aber ungefähr so würde ich wahrscheinlich auch spielen, bis der Balance Patch kommt. Dann wird Hey Gang eh genervt. Oder Raccoon hier einer von. Raccoon hier wäre nicht schlimm. Dings wäre schon eher schlimmer. Hey Gang. Aber ja. Wird schon schief gehen irgendwie, ne? Ich glaube, ich gehe auf Rika. Und ich bahne den da. Ey. Okay. Wem willst du resetten? Let's go. Kannst zwei resetten, wenn du den Strip triffst. Okay. Saga. Hat widerstanden. Sehr gut. Submet hat wieder zugeschlagen. Man kennt's. Kein Provo. Ey. Okay. Das ist fein. Erstmal hier. Okay. Gut. Ähm. Hätte gerne einen Death Break. Und zwar. Hier. Fuck it. Fuck. Wo ist mein Death Break, Mann? Okay. Was ist dann hier? Na. Das wird nicht reichen. Boah. Ist die Tank hier. Holy shit. Ist die Tank hier. Okay. Krass. Okay. Ich proc mit dem. Hm. Toll. Brauch jetzt hier. Oder ein Proc. Proc wäre awesome. Wo ist der Proc? Wo war der Proc, Junge? Aber warte mal. Die Praha ist dead. Die ist 100 pro. Ist die dead. Oh. Die ist doch nicht dead. Oh. Ich hab nicht. Alter. Du hast 98 Kritt. Wie kannst du da nicht kritten, du Lutscher? Ah. Mann. Ey. Monkey broken. Ey. Ey. Oh nein. Und die move for. Oh. Nee. Ja. Ja. Ripp. Ey. Okay. Alter. Das ist die Tank hier. Holy shit. Dann ist die aber nicht auf Crit, oder? Die ist nicht auf Crit. Auf keinen Fall. Ey. Diese Monkey. Der. Das ist. Theo. Mach. Das ist ein Feuer. Ey. Jede Runde zwei Turns. ist ja gar nicht nervig, ne? Find ich mal ein Stun. Das denn? Ja, toll. Kack Oliver, ey. Kack Monkey. Verloren wegen. Ja, das ist ja nicht so tragisch, dass der gestunnt ist. Ach, Mann. Ist das zum Kotzen, ey. Ich mach mal ein Stun. Weißt du, was ich meine? Krieg ja nicht mal ein Stun. Vom Part her. Alter, der ist aber sprich, der Ding. Was? Kein Stun. Ist die auf Crit, Alter? Wie tanky ist die mit Crit? Holy shit ist die Tank. Auf was ist die? Auf HP? Crit rate HP? Oder was ist das? Warum gibt es so wenige Aoe Deathbreaker in diesem Spiel? Außer LDs. Ja, das hat jeder. Jeder LD, Net5, hat irgendwelche Deathbreaks. Aber so normale, habt ihr euch das mal angeguckt? Das sind vielleicht zwei Familien, die das können. Das ist hier die hier. Und hier und da mal die Höllendamen. Geil. Jetzt denke ich mir die ganze Zeit, Feuermonkey, Feuermonkey. Wetten, der pickt jetzt voll wasserlastig. Wetten. Ich sehe es jetzt schon. Gut, das ist mein einziger Sustain. Ah, nee. Ja, ich habe noch einen Sustain. Aber die ist da jetzt nicht so geil. Die hat gerade keine Ruhe. Und Praha wäre eine Option tatsächlich. Ja, Praha wäre eine Option. Und... Hm. Aber ich glaube, ich bin gerade... Aber ich glaube, ich gehe so, dass ich zwei Resetter habe. Äh, für den... Dass er mich nicht direkt one-shotten kann. Mit Molong. Weil eigentlich hätte ich wahrscheinlich eher die Diana gebannt jetzt. Also zumindest wäre das so mein Plan gewesen. Äh, so werde ich... Ich weiß nicht. Vielleicht werde ich auch gucken, dass ich jetzt erstmal die Josephine geresettet bekomme. Dass ich mit Haygang einmal stunnen kann. Und damit, ähm... Dings mit Sagar versuchen den... Oh, what? Warum ist der Raccoon so fast? Holy shit. Ja, aber warte mal. Das ist, denke ich, okay. Der wird keinen killen können. Okay, Abgangzeit haben wir. Das ist fine. Der muss auf uns... Wenn, dann muss er auf einen Stun gehen. Aber dadurch, dass ich da einen Haygang stehen habe, ist es kackegal. Ja. Außer er geht jetzt direkt auf den Reckless und hofft auf Diana. Das kann auch sein. Okay, er hofft auf Diana. Okay. Stun. Cool. Aber wenn er das vorhat, werde ich hundertprozentig kann. Ne, er shieldet. Okay. Er shieldet. Dann gehen wir hier jetzt nochmal auf den Pushback. Okay. Wille hoch. Weil ich den zweiten brauche. Jetzt, äh... Ne, da warten wir auf jeden Fall eine Runde. Ich brauche den Deathbreak. Der wird nicht alles cleansen können. Der Raccoon. Deathbreak auf zwei Units. Ein Units. Drei Units. Also insgesamt drei, aber zwei. Ja. Ist okay. Das ist fine. Das ist fine. Provo hier. Der Molong ist mir erstmal egal. Der hat den Reckless draußen. Provo hier, Junge. Danke. Kill it. Alter, du hast 98 Crit. Ratte! Hä? Kann doch nicht sein, Alter. Wie unlucky willst du sein, Spiel, ja? Holy shit, Alter. Ich verliere, wer der Part her nicht... ...Kritten kann, der Lutscher. Mann, ey. Was braucht der? Wetten mit 100 Crit trifft er auch nicht. Oh, da krieg ich... Ne, da krieg ich's kotzen, Alter. Der hat 98 Crit. 2%... 2%... 2%... 2%... Alter, wegen 2... ...verkackten Prozent verloren. Wegen 2%... 2%... Ich komm nicht drauf, klar, Alter. 2%... 2... Ich komm nicht drauf. 2%... Alter. 2... Ich hab alles gesehen heute. Ich bin raus. Haut da rein. Tschüss. 2... 2...